Und damit willkommen liebe Ernstberg und Ernstberger, ich bin's wieder, euer Daniel Michael. Wie man sieht, in prächtiger Ziel stehe ich neben den Prinzen bei hier, beziehungsweise neben dem amtierenden Prinzen Seo, den freundlichen Kopier. Ja, hello. 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 So, und dem Sitzungspräsidenten Lars Meister. Ja, hallo, hello. Und natürlich noch die Pagen. Hello. Hello. Name? Steffi. Steffi. So, ja, hinter uns das Sauerland Theater. Und wir machen ein bisschen Werbung für Sonntag, denn Sonntag geht's los um 14 Uhr, doch um 11 Uhr ist eigentlich schon im Rathaus, um 11 Uhr im Alten Rathaus beim Steinweg da oben. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also, um 11 Uhr 11 treffen wir uns bei Empfang unseres Prinzen im Alten Rathaus am Steinweg, Alter Marx, Nummer, glaube ich, 16, egal. Und danach ziehen wir dann mit einem großen Zug runter, hier auf den Vorplatz des Sauerland Theaters, wo sich schon der Zug, unser Lindwurm der Freude, postiert hat. Unser Prinz wird dann diesen Zug abnehmen. Das ist immer eine große, große Freude für alle Beteiligten. Und wir nennen den höchsten Wagen, der Prinzenwagen, ist der höchste Wagen im Umzug, wird er dann besteigen und dann werden wir von hier aus starten zu unserem Umzug Lindwurm der Freude durch die Stadt. Ja. Noch keine Wartesgrüße in der Kamera? Auf jeden Fall. Ich grüße die Narren und Nörrinnen und da wollte ich etwas betonen, dass ich vor 30 Jahren eine Schriftstellerin bei mir im Hause hatte, die hieß Magdalena Padberg und sie hat mich so ein Stück losgelassen und habe ich so recht in den Sternen gelesen, so bin ich in Altberg gewesen. So, danke schön und Applaus. Und wir gehen nochmal mit einem dreifachen Donnern in. Klarkak. Klarkak. Helau. Mentau. 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 Damit, wir sehen uns Sonntag, wir feiern heute noch. Genau. Damit gehen wir jetzt noch in den Studio. Tschüss. Winken. Und steht. Danke.